Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, wir werden eine Lösung finden, ich bin ganz vorsichtig, wir haben gut gearbeitet. Ich hoffe, dass wir heute nicht in die späten Stunden tagen müssen. Wir sind bereit, zu einer Lösung zu kommen und ich glaube, dass das heute auch gewinnen wird.